Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde World of Warcraft. Diesmal geht es gleich um drei neue Haustiere und um ein neues Spielzeug. Und zwar unter Spielzeug Sack mit spektralen Spinnen. Und die drei Haustiere heißen Schaurige Ratte, Geistermarte und Spektralspinne. Und diese bekommt man nur während der Schlotternächte, in der eigenen Garnison. Dazu braucht man aber erstmal die gruseligen Griecher, die muss man sich erstmal mit fünf schaurigen Vorräten kaufen. Und diese schaurigen Vorräte bekommt man durch die Dailies von Orokan, der steckt gleich links da. Wenn man die Dailies gemacht hat, bekommt man die schaurigen Vorräte, davon braucht man fünf Stück und dann kauft man sich diese gruseligen Griecher. Von der Itzi Feiertzischl, der Veranstaltungskoordinatorin. Wenn man sich dann die gruseligen Griecher gekauft hat und verwendet, dann kriechen in der Garnison die ganzen Haustiere herum. Die Schaurige Ratte und die Geistermarte und die Spektralspinne. Das sind Level 25 Haustiere, die kann man sich fangen. Die meisten sind aber grau, aber ich konnte auch schon welche mit Grün fangen. Man muss halt immer Glück haben. Und da spielt sagt, dass Top von der Spinne Arachnis, die befindet sich neben der Mine. Also zwischen der Mine und dem Turm. Da gehe ich jetzt mal hin. Auf meinem Haus des kopflosen Reiters habe ich heute bekommen. So, das ist die Spinne Arachnis, die hau ich mal um. Und dann. Und hat das Blaus für mich ein Spielzeug Sack mit spektralen Spinnen. Ich weiß nicht, wie hoch die Drop Chance ist, also ich habe sie jetzt beim ersten Mal bekommen. Aber die Spinne scheint auch ein bisschen Bucky zu sein, der Loot. Man bekommt nicht alles. Also wenn man Auto-Loot eingestellt hat, dann bekommt man nur das erste Item, glaube ich. Also man müsste umstellen auf manuellen Loot, dass man halt sich den Loot raussuchen kann. So, jetzt mal. Sack mit spektralen Spinnen. Wirf den Sack und lässt die Spinnen darin frei. Bringt immer neue spektrale Spinnen hervor. Will ich aber nicht. Ich mag keine Spinnen. Hilfe, Hilfe. Gleich schütteln. So, das Spielzeug bekommt man also hier. Da liegt die Spinne, die Arachnis und die anderen Haustiere, die kann man sich ja dann fangen. Hier zum Beispiel ist eine schaurige Ratte. Und hier ist eine Geistermade. Sogar in grün. Und dann habe ich hier noch einen spektralen Spinnen gefunden. Auch in grün. Und wer alles hat, der kann ja vor die Garnison vor die Tür gehen und hier sein eigenes Strohmännchen anzünden. Ganz dein eigenes Freudenfeuer. So, ich hoffe, ich konnte euch wieder helfen mit diesem Video. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder zuschauen würdet. Bis dahin, viel Spaß noch und viel Erfolg. Servus, führts den Tschüss, euer Tiger.